Ja genau, die haben jetzt noch mal einen Trang, eine Brüssel, eine Truhe, auch nicht schon wieder. Ach nee, muss man schon fahren, abgebrochen, na also, das ist das ähnlich, was mich an diesem Spiel wirklich spaßmaßlos ärgert, die Sache mit der Stofferknackerei. Ich bin nun wirklich einer, der in solchen Spielen, ja, plündert, das kann man ja eigentlich nicht sagen, also wirklich, also ziemlich alles mitnimmt, was er hartpastert, sagt man, ja, ja, damals wurde, ja, ich gehe raus, äh, da alles mitnimmt, was man hartpastern kann, das ist schon sein Dungeon Master für den Moment, das ist, Dungeon Master, das habe ich vor, ich weiß gar nicht, vor wie lang, wie lange Zeit ich das gespielt habe, das letzte Mal. Und dann wirst du ständig durch so eine Blödheit hier ausgebremst. Dann wirst du ständig durch so eine blöde Scheiße da ausgebremst, da kann ich die Motten kriegen. Entweder ich kann blindern, oder ich kann gar nicht blindern, oder sollen sie es entweder richtig machen, dass du es wirklich kannst, oder soll es nicht ganz weglassen, wenn ich hier den Käse, den ich da veranstalten, jetzt mal. So, dann haben wir alles weg hier. So, dann machen wir alles weg hier. So, dann machen wir eigentlich weiter. Nee, dann machen wir nicht weiter. So, dann machen wir Ende, Ende. So, genau, jetzt können wir wieder raufwärts laufen und Richtung Hafenstadt. Denn die Ene Scheibe, die kriegen wir nur, wenn wir in der Hafenstadt waren, oder wird es dort ein Stück außerhalb der Hafenstadt. Und, ach, ich wollte wissen, wo es hier hingeht, gell. Jetzt wollen wir jetzt noch kreisen, oder so. Machen wir es lieber so schneller. Dann flabber mal in den Kuh. Ist irgendwas hier? Ist irgendwas hier hier? Ist irgendwas hier hier? Sieht nicht so aus. Keine Ahnung, ob ich hier, wie ich schon jemals gewesen bin. Ich habe fast das Gefühl, ich wollte noch nie hier ringen. Okay, das ist ein kleines Nummerals drin. Wieder, ich versimpf. Ich schläge ein Grunser. Ja, ich schläge ein Grunser. Eins. Eins. Zwei. Zwei Grunser. Hier. Zwei Grunser. Nicht mehr genug, Mann. Nicht mehr genug, Mann. Ach, ich versuchte ein Fack. So, jetzt muss ich gerade erst noch auf Mainhouse-Ure gehen. Also hier, 30 ist Mainhouse-Plus-5. So, gut, wir haben eben noch von Lutsch gekriegt. Da kann man noch bei uns mit den Tintingen verputzen. Ja, okay. So, jetzt sehe ich eine Pflanze. Ich habe momentan ausgewacht. Kein Platt und Schimmel, wo ich war. Ich hoffe, ich habe auch schon wieder genommen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir können halt nur mit hier. Ich habe nur mit hier. Ja, wir können. Noch ehem. Ja, wir haben werde ich mich hierher gewöhnt. Da ist wirklich viel, oder was? noch immer stehen doch schon wieder ja felsen felsen ich habe mich jetzt momentan total kein plass im schimmer mehr wo ich bin die pflanze noch ein wolf hier den hat man schon ok was ist denn das da hinten, was ist denn das da drüben ach jetzt weiß ich wo wir sind jetzt weiß ich wo wir sind oberhalb des weges zur hapenstadt sind wir steht da jetzt schon wieder das fietzeug ich habe hier gerade das rausgelegt oh heldenkrone schlachten wir das fiet da hin das geschafft ne den haben wir auch ab, oh ne den haben wir auch noch nicht anlässig na gut ja selber wissen wir jetzt nicht wo es lang geht so heldenkrone hier ich habe doch gerade noch so eine stoffel gesehen doch hier hm ja 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 wie ja ja das ist ja ist gut ja ich bin nicht Noch immer. Noch eine Händengräule. Das kommt mir alles total spanisch vor. Das ist ein ganz anderer Weg, den ich sonst normalerweise so hochkomme. Normalerweise komme ich auch von da drüben runter. Hier bin ich noch nie runtergekommen. Oh, gut zu wissen. Oh, was war das jetzt wieder? Ach, das war wieder blöd, die Scheiße, die sie eingebaut haben, um die Leute zu erschrecken. Oh, das sind ja vierer. Oh, Gott. Ich bin nicht mehr. Ne, drei. Ne, doch vierer. Ne, ich muss erstmal in der Hasenstadt jetzt. Ich muss erstmal wieder hier ein bisschen Energie tanken. Ich bin ja wirklich schon fast am Ende hier. Mit meiner Energie. Wir müssen jetzt jeden Fall hier noch hin, lieber. Da drüben ist nämlich eine Insel, wie ihr seht. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Lernen wir auch gleich wieder ein neues Monster kennen. Ach, hier wo man eine Kiste, die man knacken konnte. Genau. Auch vor das alles passiert, wir erst erstmal die ganze Hafenstadt blöden wollen. Ach, noch mal. Blöde gebrochen. Wer sagt's denn? Hier unten ist die Insel. Da müssen wir mal hin. Ja, ein nicht ungefährliches Monster ist das. Aber ein bisschen geil animiert, ja. So, kann die Arschluss nicht rein. Schau mal einer an. Da hat sich jemand der Vulkanfestung angeschlossen. Wie? Findest du das etwa witzig? Ich frage mich nur, ob du dich freiwillig gemeldet hast. Ja, das willst du wissen, was? Aber genug davon. Äh, nur gut mal. Kann ich nur sagen. Ach so. Lass uns handeln. Hat er irgendwas davon gebraucht können? Nichts. Lass mich rein. Lass mich rein. Ich bin für den Inquisitor unterwegs. Inquisitor? Hm, das hört sich wichtig an. Ist es auch. Gut. Gut. Ich lass dich besser rein, bevor ich noch Ärger kriege. Sag mir einfach Bescheid, wenn du so weit bist. Das ist zu riskant. So, dann schritte Mausen. Ich will in die Stadt. Natürlich. Oh, da lag doch eine Kette. Da lag doch was. Schritte Mausen. Komm, lass mich durch. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Sicher. Da lag doch was. Ich bin nicht doof, oder? Sag einmal. Da lag doch was. Da lag doch was. Da war das ein bisschen blöd wie Schmetterling. Na gut. Das ist. Ich will in die Stadt. Natürlich. So. In the city. so in der nächsten session werden wir nachher diese ganze stadt hier plündern bis dahin mache ich erstmal Schluss hier 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 Vielen Dank.